What the fuck? Ich habe es jetzt so geregelt, dass man in den Biomen, in denen man sein Königreich hat, quasi direkt spezielle Rechte zugewiesen bekommt, was halt Sinn macht, weil man da eben wohnt. Zum Beispiel, wenn man eine Taiga in seinem Königreich hat, dann hat man automatisch das Taiga-Recht und eben das Taiga-Bundle. Ich habe es jetzt Bundle immer genannt, also so Paket sage ich einfach mal auf Deutsch. Wenn man in der Savanne hockt, hat man Savanna-Bundle. Wenn man jetzt hier in der kalten Region hockt, darunter ist Frozen Ocean, Snowy Tundra und Ice Spike, also nicht die normalen Berge oder das, wo sonst noch Schnee fällt, also nur die wirklich extrem kalten Regionen, dann bekommt man auch das Cold Region-Bundle. Und jetzt fragt ihr euch, ja woher weiß ich jetzt, was ich für Rechte habe, das seht ihr in der zweiten Tabelle, das ist einmal die hier. Da habe ich es einmal hingeschrieben, was jetzt was ist. In den Biom-Bundle, also in den ersten, steht eben drin, zum Beispiel das Bee-Bundle bekommt ihr, wenn ihr in einem Forest seid, in einem Plains-Bium oder in einem Birch-Forest. Dann bekommt ihr das Bee-Bundle. So, das heißt ihr habt das Recht auf Bienen. Und wenn ihr das Recht auf Bienen habt, dann dürft ihr die rechts klicken, das heißt Breeden oder eben, ähm, ja Bienen sind so eine Sache, weil Honig bekommt ihr ja nicht von den Bienen direkt, sondern aus dem Bee-Hive. Und dann würde ich es so machen, das wäre jetzt wieder einige vergräueln, ich weiß, dass man, wenn man das Recht auf Bienen hat, das halt auch für die Bienenstöcke zählt und man nur Honig holen darf, wenn man das Recht auf Bienen hat. So, ich muss, glaube ich, nochmal das ganze Prinzip dahinter jetzt erklären hier. Ähm, das ist so gedacht, dass man halt mit den Regionen, also mit der Region, in der das Königreich liegt, dass man die Ressourcen daraus verwendet. Natürlich kann sich jeder eine Biene im, was weiß ich was, Wald aufstellen, im Spruce-Wald. Aber das ist ja nichts in der Sache. Man kann genauso gut Bambus im Spruce-Wald anpflanzen oder im Sumpf. Aber das Feeling Bambus wächst halt nun mal nur im Dschungel. Deswegen ist jetzt auch im Jungle-Bundle Bambus mit drin. Ähm, wo haben wir es hier? Eben das Jungle-Bundle ist ziemlich groß, wir haben einmal das Dschungelholz logischerweise, den Bambus, die Kakaobohnen, Melonen, Weins und Papageien, weil es die halt nur im Dschungel gibt. Gut. Also dürft ihr Papageien da auch nur rechts klicken, um sie zu... Ja, warte, kann man Papageien überhaupt breeden? Keine Ahnung. Also, ja, so von der Logik her. Das ist halt unser Roleplay, dass man eben nur die Sachen hat, wo man auch drinnen wohnt. Zum Beispiel im Badlands. Ähm, mit den Blöcken ist es halt so, dass man sie nur farmen darf. Es macht jetzt keinen Sinn, dass man sie nicht rechts klicken darf, weil man darf sie nicht benutzen. Aber man darf sie jetzt nicht abfarmen. Ich bin jetzt in Archeron, ich habe kein Recht auf Sand, wie ihr sehen könnt. Ich habe kein Desert, kein Badlands. Ähm, aber Badlands habe ich halt in meiner Kolonie, aber jetzt in der Desert. Ich darf nicht in der Wüste gehen und da Sand farmen, weil ich eben ein, was weiß ich, Ritter von Archeron bin. So, das ist so die Logik dahinter, was ich mir dabei gedacht habe. Ähm, das ist vielleicht komisch. Klar, jeder kann einfach in eine Wüste gehen und sich Sand farmen, wenn er Bock hat. Aber das macht halt unser Roleplay aus, dass man eben keine Wüste als Recht hat und deswegen zum Shop gehen muss und in einem, äh, anderen Stand einfach ein bisschen Sand kaufen muss dann. Das ist halt so die Logik und mein Gedankengang hinter dem Ganzen. Ähm, genau. Genau, also ich denke, die Biom-Bundles hat jetzt jeder verstanden. Da, wo er wohnt, bekommt er das Recht dafür. Es gibt hier, wie ihr sehen könnt, neue, ein neues Bundle, beziehungsweise zwei neue. Einmal den Swamp. Hat jetzt noch keiner, weil ich noch keinen gesehen habe, der irgendwo in einem Sumpf eine Kolonie hat oder einfach seine Base auch drin hat. Ähm, da habt ihr dann eben in einem Sumpf Slimes und Vines als Recht. Das heißt, ihr müsst dann auch Slimes verkaufen können, aber ich denke, das ist kein Ding oder auch Vines. Da stellt ihr eine Kiste hin und farmt ab und zu ein paar Vines und dann kann die jemand kaufen. Wir brauchen übrigens auch noch Vines für den Hafen am Spawn, weil wir noch ein paar Stonebricks da durch Mossy austauschen müssen. Dasselbe für die Mushroom Island. Ähm, gibt's eben jetzt auch als Bundle. Bekommt ihr einmal als Kolonie oder eben, ähm, wenn ihr direkt da wohnt, so wie ihr... Hier Shadow in Wintersons seid ihr direkt eine Mushroom Island. Hat bis jetzt nur er, das heißt, nur er darf diese Pilzblöcke farmen und sie verkaufen halt dann logischerweise auch. Und deswegen soll da vielleicht noch jemand eine Kolonie hin machen. Auch hier, ähm, mit dem Dschungel hat bisher nur Old Town in seiner Kolonie. Deshalb könnte auch noch jemand eine Dschungelkolonie gründen. Ähm, genau. Ansonsten, ja, denke ich, der Rest ist relativ selbsterklärend. Kommen wir zu den Extra Bundles. Die sind vielleicht etwas komplizierter. Oak und Birch habe ich jetzt hier reingepackt, weil Oak und Birch wächst so gut wie überall. Das wächst in den Bergen, das wächst, was weiß ich, im Dark Oak Forest, das wächst überall. Aber eben, um das Ganze ein bisschen spannender zu machen, dass man nicht alles haben darf, nicht alles anpflanzen darf, gibt es jetzt hier eben die Extra Rechte. Ihr seht hier, die kleinen Einser bedeuten immer, ihr habt das Recht dafür. Ähm, ich hatte jetzt zum Beispiel hier keins von beiden. Deswegen muss ich das Zeug immer kaufen gehen. Dann, das Forest Bundle hat mit Holz nichts zu tun. Das geht nur um, ähm, Kürbisse, Hasen, Wölfe und Füchse. Habe ich ja auch nochmal auf Englisch jetzt alles hingeschrieben, dass es auch jeder versteht. Und, ähm, ja. Ja, also wenn ihr das Forest Bundle habt, dürft ihr Kürbisse anpflanzen, Hasen breeden, Wölfe breeden und Füchse breeden. Ähm, Füchse habe ich da jetzt neu mit reingemacht, die waren davor nicht einmal mit drin, aber jetzt sind sie. Und ja, Forest Bundle haben so ziemlich alle, die davor auch schon Kürbisse und Hasen hatten. Dann das Gravel Bundle ist einfach nur Gravel, ganz normal. Sugar Cane ist Sugar Cane, hat auch jeder behalten, der es schon hatte. Das Weed Bundle ist quasi, ähm, Weizen, Kühe und Schafe. Und das Pig Bundle sind Karotten, Kartoffeln und Schweine. Könnt ihr hier auch nochmal sehen. Das hat auch jeder behalten, der es davor schon hatte, also da ist nichts verändert. Dann die Chicks, sind einfach, ähm, Hühner, hat jeder wie vorher Horses. Sind jetzt Pferde, da wurden jetzt auch noch neue Viecher verregelt. Könnt ihr hier auch nochmal sehen. Ähm, da haben wir einmal Horses. Da zählen Pferde, Esel, Lamas und Maultiere mit dazu. Ähm, ja, also darf man jetzt halt, zählen die alle vier dazu. Wie bei Pferden hat auch kein neuer irgendwie das Recht für Pferde bekommen und keiner hat es wegbekommen. Also die, die davor Pferde als Recht hatten, die haben jetzt auch Esel, Lamas und Maultiere als Recht. Dann neu Ocean Bundle, Coral Bundle und logischerweise die Nether Bundle. Ähm, Ocean ist einfach Ozean. Ich hab mir jetzt gedacht, irgendwo hat jeder ein Ozean in der Nähe, ist ja klar. Aber wer das wirklich als Handel betreiben darf mit den Ozeanmaterialien, dazu zählt, ich zeig's euch einmal. Ähm, Kelp, wo hab ich's hier? Kelp, Squid, Guardians. Das heißt, Guardian Farm, ähm, Squid Tinte ist nicht mehr so nötig, aber muss man halt doch ein bisschen was da haben. Und Kelp, fragt mich nicht, warum's einer brauchen könnte, aber zählt zum Ocean Bundle mit dazu. So, spannender ist das Coral Bundle, ähm, da zählen Korallen und Seegorken mit dazu, das hat bis jetzt noch niemand. Ich weiß nicht, wer ein Korallenriff bei sich rumfliegen hat. Wenn jemand das hat, dann schreibt mir in Discord oder unter, hier unten in die YouTube Kommentare. Dann geb ich euch das Recht zum Korallenriff, dann dürft ihr Korallen abbauen und damit halt handeln, sie verkaufen. Und ich könnte mir jetzt dann zum Beispiel, also ich hab kein Korallenriff irgendwo in der Nähe. Ich könnte dann zu einem gehen, der das hat, sagen, jo, ich brauch einen halben Stack Rain Korallen, keine Ahnung. Und dann kann ich die kaufen und bei mir irgendwo in der Hauswand einbauen. So, das sind jetzt halt die Korallen noch mit verregelt. Ozean, wie gesagt, hat eigentlich jeder, aber das ist, das ist dasselbe wie Oak. Oak hat eigentlich auch jeder, aber es ist halt verregelt, um das Ganze ein bisschen spannender zu machen. Kommen wir zu den Nether Bundles, die sind ganz neu. Da hat noch keiner irgendwas. Wie gesagt, es gibt fünf Biome, die Nether Ways sind jetzt hier nicht mit dabei, weil es nichts Spannendes ist. Was nicht verregelt ist, ist Nether Rack. Logischerweise Ancient Debris, das ganze Nether Rack Zeug, kann jeder haben. Glowstone kann jeder haben. Aber was jetzt verregelt ist, ist eben Crimson Holz, Warped Holz. Ich zeige es euch mal hier drüben. Wenn ihr Crimson habt, dann habt ihr eben das Crimson Holz und die Shroom Lights. Warped, habt ihr das Warped Holz und die Shroom Lights. Dazu zählen aber auch diese Twisted Vines oder eben diese Weeping Vines, diese Pilze, dieses ganze Kraut, was da am Boden rumwächst. Der spezielle Nether Rack da, dieser Nylium, jeweils von der Holzart dann. Da könnt ihr dann einen Shop aufmachen, wo ihr eben das Zeug verkauft. Beim Soul Sand Valley, das habe ja ich, unter Archeron habe ich einfach Soul Sand und Soul Soil und vielleicht könnte ich da noch mit dazuschreiben, dann habe ich da noch die Bone Blöcke, weil da überall diese Fossile rumstehen. Da muss ich mich nur irgendwie um eine Bone Block Farm kümmern. Basalt Deltas hat man Basalt. Ich könnte jetzt noch Blackstone dazuschreiben, aber Blackstone gibt es ja überall im Untergrund. Deswegen würde es wenig Sinn machen, da jetzt Blackstone reinzuschreiben. Vor allem will das ja auch jeder irgendwie haben. Und ich denke, da das Netz noch so neu ist, muss ich es nicht direkt verregeln. Ich könnte es machen, wenn jemand sich das wünscht und mir die Leute schreiben oder ihr schreibt, ja, Blackstone auch verregeln, wäre doch eigentlich ganz cool. Dann können wir das natürlich noch machen. Aber ich habe mir jetzt gedacht, eigentlich ist es genauso überall im Nether wie Nether Rack und Nether Rack ist ja eben auch nicht verregelt. Deswegen, ja, soviel zu den Nether Bundles. Dann haben wir hier noch die Kolonien. Ihr könnt eben neben eurem normalen Königreich, so wie ich in Archeron, noch eine Kolonie aufmachen. Meine heißt Ferocia. Und dort irgendwo anders eine kleine Base aufmachen, um noch zusätzliche Materialien zu bekommen. Ich habe in Ferocia eine Savanne neben einem Badlands Biom und dort eben auch noch zusätzlich das Recht auf Hühnchen. Und eben mögliche Kolonien sind einmal in einem Dschungel. Würde ich sehr gerne sehen, weil bisher hat nur Old Town eine Kolonie im Dschungel. Auf einer Mushroom Island kann auch jemand eine Kolonie machen. Würde ich auch gerne sehen. Hat bisher nur Wintersons. Badlands könnte einer machen. Ist jetzt nicht so dringend. Haben zwei Leute, glaube ich, oder drei sogar schon. In einer kalten Region könnte auch jemand eine machen. Und eben bei den Korallen. Das habe ich ja vorhin schon gesagt. Hat jetzt noch keiner. Da könnt ihr euch noch melden, wer so eins schon hat. Und wenn es zu wenige haben, können da auch noch Leute eine Kolonie drin aufmachen. Aber ich denke, das war jetzt erstmal genug Gelaber. Zwölf Minuten, nur um das Zeug hier zu erklären. Ich hoffe, ihr habt es verstanden. Wenn nicht, schreibt in Discord, schreibt in die Kommentare hier. Und dann denke ich, können wir da wieder glücklich zusammen weiter handeln. Ansonsten, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, haut rein und ciao Leute.